Meine Geschichte habe ich schon angefangen, bevor ich Business for You überhaupt arbeiten durfte. Einer davon war am Nachmittag mit dem Führungsteam. Da hatte ich mit jedem aus dem Kader eine halbe Stunde ein Gespräch. Darum ging es darum, sie lernen zu kennen. Sie konnten Fragen stellen, ich konnte Fragen stellen. Bei uns ist wichtig, dass die Leute ins Team passen. Business for You Family. Unter anderem habe ich ein Gespräch mit Carmen. Sie haben ihn schon gekannt. Von dem Geburtenfest von Andrea. Ich hatte keine Gelegenheit, um etwas näher zu sprechen. Aber es war umso wichtiger, weil wir die Teamleitung der Berichtleiter zusammen übernehmen sollten. Dann habe ich noch so gut gesessen. Ich bin in Andrea im Büro gehockt. Dann kommt sie rein. Lass sich so ein schwarzer Stuhl angehen. Wirklich voller Erwartung. Also erzähl mal. Wir sind fast gestorben davon lachen. Wir konnten es nicht mehr erholen. Dann haben wir noch eine Stunde über Gott und Duell gesprochen. Über alles andere. Über Werten. Was uns wichtig ist. Aber es hat wirklich vor den ersten Sekunden angepasst. Und wir haben gemerkt, dass wir total cool zusammen. Und dass wir das Team auch so rocken können.